Hallo Leute, ich wollte euch ein paar Figuren meiner Funko Pop Sammlung zeigen. Ich bin noch nicht ganz fertig mit dem Aufbau. Wahrscheinlich ändere ich noch das ein oder andere. Aber mein Liebling steht natürlich ganz oben. Wortwörtlich überall, ja nie. Das darf doch nicht wahr sein. Wo ist der schon wieder hin? Springtrap? Springtrap? Wo bist du schon wieder hin? In einer lausen Uhr. Wir werden einmal ein Video machen. Furchtbar. Ok, ich weiß nicht wo er gerade ist. Das war einmal, das war es erstmal von mir. Und bis zum nächsten Mal.